In der Dental-Klinik bin ich durch Zufall hingekommen, weil meine Frau sich wirklich lange, lange damit beschäftigt hat. Sie selber wollte sehr viel machen lassen oder hat sehr viel jetzt auch machen lassen. Bei mir wäre es eigentlich nur eine Kontrolle gewesen. Und da ist aber sehr viel Fusch, der vorher gemacht worden ist bei deutschen Zahnärzten und der dann hier richtig hervorragend behoben worden ist und deswegen bin ich hier. Hier gehe ich hin von der Technik an, also vom Scannen über die Behandlung selber und dann wird nochmal nachkontrolliert. Und alles in einem Aufwasch, alles direkt fix und fertig. Es wird sehr, sehr gründlich gearbeitet, man nimmt sich viel, viel mehr Zeit. In Deutschland hat man tatsächlich gefuscht. Also ich habe Wurzelwandlung gehabt, bei einer Wurzelwandlung ist eine Krone draufgesetzt worden, die Krone darunter hat sich entzündet. Das ist hier erst aufgefallen. Das ist der große Unterschied zu Deutschland auf jeden Fall. Das ist der große Unterschied zu Deutschland.